Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin so ein cooler Typ, keine Moni, die jetzt nur Brennnesseln pflückt, ist auch wichtig, ja. Habt ihr ne Moni? Du bist bestimmt die Erste, die bei Waldtag streckt. Ich will Kastanien. Bist du so eine? Ist Moni diese... Die, die, die... Das ist ein Gartenprojekt, ja. Moni, geh doch mal mit denen was Sinnvolles machen. Shisha rauchen. Aber hey, Monis sind nicht zu unterschätzen, Alter. Bei uns, die so, es ist der Brennnessel, es ist der Löwenzahn und das ist Marie-Johanna. Because I got high. Moni, mach weiter so, sowas braucht man auch, sag ich ehrlich.